Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Betrogen? Emilie Rataikowskis Mann will eine zweite Chance. Sebastian Bermaclard, 35, will Emilie Rataikowski, 31, unbedingt zurück. Vor vier Jahren heiratete das Paar nach wenigen Monaten Beziehung, im vergangenen Jahr kam Söhnchen Sylvester Apollo, 1, zur Welt. Doch jetzt soll schon wieder alles aus sein, der Filmproduzent soll dem Model fremdgegangen sein, woraufhin es die Reißleine gezogen habe. Bisher hat sich keiner der beiden zu den Gerüchten geäußert. Doch Sebastian will wohl unbedingt, dass Emilie ihm verzeiht. Sebastian flieht sie an, ihm noch eine Chance zu geben, behauptet ein Insider aus dem Umfeld der Eheleute jetzt gegenüber Page Six. Das werde jedoch niemals passieren, weil der Vertrauensbruch nach seinem Betrug für Emilie viel zu groß sei. Sie hat selbst nachgeforscht und noch mehr Dinge entdeckt, die er hinter ihrem Rücken getan hat, erklärte die Quelle weiter. Ein Liebes-Comeback ist hier wohl also erstmal nicht in Sicht. Emilies Freunde würden die Trennung allerdings sehr bedauern. Was sie hatten, ist wirklich etwas Besonderes. Hey guys, this is Gangsham. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.